Hallo, ihr süßen Puppies, ich bin's, eure Jessica Parker, wieder live aus Berlin. Hey Siri. Und zwar, pass auf, ich habe ja das letzte Kommentiert-Kommentare-Video 2020 gemacht, schon jetzt zwei Jahre her. Ich kann leider nicht nach Inhalten suchen, aber ich kann nach Titeln, SchauspielerInnen oder RegisseurInnen, sowie nach anderes wie Horrorfilme oder Actionfilme suchen. Nein, aber toll, dass Siri gendert. Passend zum Thema heute. Ich muss ganz, ganz dringend ein Kommentiert-Kommentare-Video machen, weil nämlich eines meiner Videos auf YouTube so, so viel Hate-Kommentare bekommt, was mich wirklich bestürzt und ich auch heute zum ersten Mal wirklich alle gelesen habe. Weil normalerweise vermeide ich tatsächlich auch besonders auf YouTube Kommentare zu lesen, weil das ist das Sammelbecken der Bekloppten und der Gestörten. Und zwar hatte ich in meiner Online-Version von Paillette geht immer 2021. Und da war Anastasia Bifang zu Gast. Anastasia Bifang ist die erste Transgender-Bundeswehroffizierin, die damit nach draußen geht und darüber spricht, wie es ist, Trans zu sein und wie es ist, Bundeswehr zu sein als Trans-Person. Das war eine wirklich, finde ich, tolle Paillette. So, und ich habe 10.800 Abonnenten, AbonnentInnen auf YouTube. Ist wirklich nicht viel, wenn du mir bei liegst. Ich mache das seit 15 Jahren oder so. Und dieses Video hat über 50.000 Aufrufe, was für meine Videos wirklich exorbitant viel ist. Wirklich. Also gute Videos haben vielleicht mal 20.000 maximal. Ich packe den Link jetzt hier gleich rein, auch unten in die Show Notes. Und dann könnt ihr da auch nochmal reingucken. So, passt auf. Und dann gab es so viele schwierige Kommentare, weil ich habe nämlich gehört, dass irgendein, ja sagen wir mal, reaktionärer, eher rechter YouTuber, Blogger dieses Video erwähnt hat. Es gab dann wohl auch noch aus irgendeiner Zeitung, die auch eher rechts außen ist, wurde das auch besprochen. Scheiße. Weil nämlich Anastasia hat dann erzählt, dass sie sich im Darkrum gerne durchbumsen lässt. So, und das hat natürlich die ganzen Männer total aufgebracht. Und dann kamen die ganzen Männer auf meinen YouTube-Kanal und haben sich das Video angeguckt und haben dann sowas von viel Hate Speech darunter gepostet. Und ich habe ganz, ganz viele Anfragen bekommen von Menschen, die das gesehen haben und die mich fragen, warum ich das nicht lösche. Und ich sage es jetzt nochmal allen, ich lösche niemals Hate Speech, weil ich möchte, dass das für immer dokumentiert bleibt, wie verletzend und gemein Menschen sein können. Ich lasse alles online. Lass uns einfach mal anfangen. Jecht. 80. Abartig. T-Mobil. Altdeutsch. Unmöglich. Zu meiner Zeit wäre so etwas mit dem Klappspaten bearbeitet worden. Also ich frage mich natürlich erstmal, zu meiner Zeit, was soll das bedeuten? Wann war denn seine Zeit und warum ist seine Zeit jetzt nicht mehr? Aber gut, egal. Mit dem Klappspaten bearbeitet worden bedeutet letztendlich eigentlich umgebracht, oder? Widerlich. André Hofer. Eine ekelhafte Schande für die Bundeswehr. Ich weiß halt nicht so genau. Das Ding ist ja, also natürlich kann ich mir vorstellen, warum es eine ekelhafte Schande für die Bundeswehr sein sollte, für den André Hofer. Weil André Hofer einfach halt ein homophober Mensch ist, der damit nicht klarkommt, dass es auch noch andere Menschen gibt, außer Mann und Frau. Und auch andere Lebensmodelle existieren. Aber ich verstehe nicht, wie man andere Lebensmodelle oder andere Menschen öffentlich so runtermachen muss. Ich verstehe es nicht. Paschino Novosib oder Paschino Novosib? Abscheulicher Müll. Gott sei Dank, das vermehrt sich nicht. Was ist mit dem? Melvin 54. Widerlich. Wenigstens richtig geschrieben. Im Darkroom wird dir Freiheit verteidigt. Alle Darkrooms in die Ukraine. Widerlich. Im Darkroom wird die Freiheit verteidigt. Alle Darkrooms in die Ukraine. Inhaltlich verstehe ich auch überhaupt gar nicht, was dieser Mensch möchte. Also widerlich verstehe ich. Freiheit am Darkroom verstehe ich auch noch. Weil Anastasia darüber spricht, dass sie gerne im Berghain halt einfach sich frei fühlt. Und genderneutral oder einfach fernab von jeglichen Konventionen sich einfach frei fühlen möchte. Das ist völlig legitim. Aber warum die Darkrooms jetzt in die Ukraine müssen? Z-u-b-i-g Z-u-b-i-g Bundesrepublik Almanistan Okay, also sein Profilbild oder sein Icon für sein Profil scheint ja auch zu sagen, dass er gerne kifft. Kein Problem. Ich kiffe auch hin und wieder sehr, sehr gerne kiffen. Entspannt mich wahnsinnig. Aber so Buntesrepublik, das ist schon so ein bisschen so Reichsbürgersprech, finde ich. Oder halt so AfD-Sprech, so von wegen so zu bunt, zu vielfältig. Das ist alles Gender-Gaga. Und Almanistan. Das ist egal. Das ist egal. Ü Mean Mal lawensored ihm. Das ist egal.